hallo herzlich willkommen auf den kanal stando gaming und heute spielen wir mal wieder wie ihr sehen könnt eine runde haus flipper und diesmal spielen wir den demogarden dlc nämlich räumen wir heute den garten auf mal gucken was der herr oder die frau fischer geschmack hallo ich brauche deine hilfe beim aufräumen des gartens die früheren arbeiter haben viel auslösen gelassen und die terrasse verwieselt ich hoffe dass ich mich auf die verlassen kann und dass du meinen garten zum schönsten in der ganzen nachbarschaft machen ist viel glück dieser fischer akzeptieren wir das ganze doch jemanden und gehen rein so mal gucken ob oder was ich machen muss es ist halt wie gesagt und die zählen dem und dlc weiß ich ob das jetzt der komplette dlc ist die denkt man nicht ich hoffe die labern gleich nicht wieder wie beim letzten dlc so wir sollen einfach nur den garten auf machen wir auch in dem wir hier hingehen und das wird morgen werte ist gedacht und falls ich wieder müde klingeln liegt daran dass ich halt wie gesagt warum leuchtet das hier das finde ich ein geiles hier so geändert wird in den schutz mehr das den rasen entfernen entfernen und umkaufen so also nicht eigentlich mit dem rasenmäher egal so mähen wir das immer ich liebe rasenmähen würde das so immer wieder machen aber wir haben keinen garten beziehungsweise wir haben garten aber nicht so wirklich fälle den baum entferne schuld entferne unkräuter jetzt noch ein bisschen müll hier muss ich auch wieder rasenmähen so zack 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 so nimm die schau das nehm ich doch gerne ach so ich sollte eventuell mal kurz die lautstärke vom spiel etwas leiser so boah ist immer noch zu laut so ja doch komm geht jetzt mir doch egal ob es jetzt lautet oder nicht ähm ja so ihr habt sicherlich mein neues intro gesehen das habe ich jetzt komplett neu gemacht ähm das sieht einfach geiler aus und ist nicht mehr so ein intro was man vor ein paar jahren genutzt hat also ich hatte ja dieses intro was man 2018 19 ungefähr so benutzt hat jetzt benutzen das ist ja gar nicht mehr welche da habe ich halt einfach mal ein anderes intro und ein outro gemacht ähm ja sieht einfach meiner meinung nach besser aus ähm ja hallo geht das weg machen danke ne äh den rasen ok entferne unkräuter entferne schuld da steht null prozent warum steht da null prozent ach so weil der ist nicht kommt gleich scheinlich ja 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 so ist weg fertig haben wir ja noch irgendwo ein gras oder sowas was hier rumliegt ja da das ist schön weg hier so hier ist ja auch noch gras ne so mit den feld den baum ne ich weiß nicht ob ich den felgen so Wundkraut weg so den ganzen Müll hier weg sind denn hier so viele Bretter das war mein Handy So. Ich werde hier auch alles wegmachen. Zack, 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 zack. Warum ist da Zemento da? Ja, doch, es ist Zement, glaube ich. So, mehr den Rasen. Ja, ich mache jetzt mal hier den Müll weg noch. Ist schon wieder was anderes. Terrasse, nee. So, mehr das Ah, hier ist auch noch ein Gras. Ah, nee, jetzt ist das Gras. Wir mähen jetzt erstmal kurz das Gras hier. So. So, so, so. Zack. Jetzt noch ein Putzel und da. So, ja, hier auch alles schön ordentlich aussehen. Okay, so. Ja, Unkraut entfernen. Wieder Rasen mähen. Böde ist, wenn man jetzt nicht alles mitmacht, man sieht das nachher irgendwie nicht. Das sehe ich schon wieder ein neuer Abteil. Okay, also hier mehr den Rasen ist irgendwie noch. 53% und entferne Unkräuter. Hier wahrscheinlich auf der anderen Seite. so. Zack, 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 zack. 81. Ja. Hier noch. Perfekt. Wähl den Rasen. So. Perfekt. Ich hoffentlich das jetzt mit dem hier fertig. So. Zack, zack, zack. Mhm, mhm, mhm. So. 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 84% nur. Warum steht jetzt hier nur 84? Ich hab doch hier alles weggemacht. 85%. Ja, hier steht noch zu 85%. Egal. Machen wir jetzt mal das hier. So. Okay. Okay, schon verkaufen. Möhris. So. Werde den Baum. Welchen hier? Den hier? BAM. 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 Mit dir. So. Ja. Was braucht denn die Scheiße hier? Ah, ja. So, einen brauchen wir ein bisschen entfernt. Bei welchen denn hier? Also hier gibt es eins, zwei, drei. Mal jetzt den hier. Oder warte, ich mach den hier. Ich glaube, der hier ist richtig. So. Zack, zwei und dann den hier noch. So, und weg mit hier. So, naja, das war der falsche Baum, dann muss ich den hier wegmachen. Aber er ist nicht schlimm. Müsste eigentlich jetzt gleich kaputt gehen. Ja. Ja. Für mich ist das Gras. So. Da ist auf jeden Fall noch was gewesen, so. Schauen wir doch mal. Hier ist jetzt noch ein bisschen was. Und da. Aha, perfekt. Jetzt habe ich das erledigt. Hier steht jetzt aber auch noch ein Mädels. raus. Raus. Hier sehe ich nichts. Ah, hier. So, zu 96% später. Ich muss zu den Fuzel-Dinger da gucken. Hier ist aber auch keins. Mal gucken. Machen wir erstmal den Schutt hier weg. So. Erstmal das hier weg. Ja, okay. Auf jeden Fall, ich mache das Gras dann auch weg. Aber ihr werdet es dann im Video nicht mehr sehen, weil ich es irgendwie nicht finde. So. So. Weg mit dem Schutt. Da. Dann einmal reinigen, so. Und Gegenstand kaufen. Einen Tisch. So. Hier Stühle natürlich. Eins, zwei, drei, vier. Hier. Dann natürlich zwei Pflanzen. Die dem auch nicht fehlen. So. Zack. Dunkler Schaukelsessel. Den packe ich hier bei dem kleinen Minitisch. Hin. So. Zack. Zack. So. Zwei Pflanzen hiervon. Und noch einen Weihnachtsstern. Den packe ich einfach bein. So. Ist hier nur noch dieses blöde Gras irgendwie das Problem. Aber da finde ich nicht, wo das ist. Hm. Okay, Leute. Ich würde sagen, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich finde keinerlei Gras irgendwo. Ah, hier. Ja, aber das war's. Ja. Hier ist noch was. Da. Ja, aber mehr ist ja auch nicht, ne. Also irgendwo sind auch die letzten drei Prozent. Hm. Ich hab keine Ahnung. Da kaufen wir hier nochmal was. Da habe ich mich gar nicht gesehen, dass ich hier auch noch was machen muss. Und so. Und so. Dann nochmal hier. Kleine Pflanze. Die packe ich da drauf. Okay. Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ihr habt jetzt alles gesehen, was ich gemacht habe. Ich finde nur die drei Prozent nicht. Gucke ich mal, ob ich die selber finde. Wenn ich die nicht finde, dann bleibt das halt erstmal bei sieben, neun Prozent. Na ja, habt auf jeden Fall einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute. Euer Sando. Ciao, ciao.